Den kann ich nicht nachgucken. Du musst auch nichts davon merken. Wenn du nicht so oft spielst, ist das nicht wichtig. Ich glaub, mein PC hasst mich. Wieso? Jetzt nehm ich auf, ich hab 30 FPS. Ich nehm vorhin die Runde auf. Als ADC 20 bis 30 FPS, schwankend. Ich hab 60 bis 50 FPS mal schwankend. Und meistens 60. Gut merken, falls es wieder echt schwankt, gibt es vielleicht nochmal neue Starten, die aufnimmt vielleicht hilft. Über was für Spiele machst du denn, Let's Plays oder ja, was soll ich mal? Über Diverses eigentlich, also komplett alles durch. Ich glaub, momentan hab ich nur vier Projekte laufen. Super Smash Bros, welchen noch? Super Smash Bros, ich glaub Pokémon hab ich noch am Laufen. Ansonsten. Ansonsten. Habe ich, äh, was läuft noch? King of Hearts läuft noch. So, so, ja. Ja. Und ab und zu hab ich aber auch schon Titanfall und zum Kram gemacht. Okay. Taylor mach ich dann auch, wenn das jetzt bald rauskommt. Welchen Tafen-Programm spielst du denn? Diamant bin ich, glaub ich, grad. Okay. Wie ihr sagt, wenn du Pokémon X machst, guck ich mir dazu. Das dauert noch ein bisschen, ich gehe der ja chronologisch durch. Ja. Hab mir mit Rot angefangen. Okay, viel Spaß. BC, du darfst dich jetzt wieder einkriegen. Oh. Sehr schön. Oh mein Gott, ein Sinister. Find ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich weiß noch, als das damals mal mein Supporter war und der, das einzige, was der gemacht hat, immer sich schneller zu machen, um schneller abzuhauen. Ansonsten hat er nichts getan auf der gesamten Lage.